Was geht ab, mein lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Resident Evil 4 Remake Let's Play. Ja, Freunde, vorgestern hatten wir das große 1-Stunden-Special und heute geht es genau hier weiter in den Ruinen der Burg der Festung mit der lieben Dame hier, die einfach wie Falschgeld hier rumsteht und nie was macht. Ja, Leute, ich habe natürlich wieder eure Kommentare durchgelesen. Ich war wieder mal ein bisschen lost gewesen in der letzten Folge, ich habe beim Schneiden des Let's Plays gesehen. Oh, da habe ich was übersehen, da habe ich was übersehen und da auch. Passiert, Leute, passiert, kann ich nichts machen. Ihr habt mir gesagt, ich kann mit L1 die Schläge blocken und sowas, das sollte ich auch machen. Und mit L3 können wir unseren Koffer automatisch sortieren, das teste ich mal jetzt aus. Aha, oha, ist ja geil, Alter, das ist ja geil. Und ihr habt mir unbedingt gesagt, ihr sollt mir ein Gewehr kaufen, weil das wird sehr wichtig und die Sniper sollen wir auch holen, die Stingari. Und keine MP, weil die MP, da kriegen wir später vielleicht eine geschenkt. Gucken wir mal, wenn ich was übersehe, Leute, dann übersehe ich es. Ihr kennt mich doch, manchmal ist Rele Peter lost, ne, lost da Linio, aber passiert. Und jetzt machen wir weiter und drehen an der Kur, wir müssen Kur bellen. Lasst dir mal den Daumen da oben da, support, support the human ability. Daumen da lassen, kommentieren für Algorithmus, kurz geht raus. Eine versteckte Plattform? Bisschen übertrieben, findest du nicht? Ich schaff das. Sarutent! Eine versteckte Plattform. Das heißt, wir müssen irgendwo hoch und irgendwas anderes kurbeln. Okay. Wir gehen mal mit ihr. Ich hab geguckt, Leute, wir sind nicht mal bei der Hälfte angekommen mit dem Spiel. Und ich hab eine schlechte Nachricht für euch. WWE soll angeblich bald vorbei sein. Also ein, zwei Folgen noch, dann ist WWE vorbei anscheinend. Wer redet da? Wer redet da? Oha. Oh, so, Morsi. Ist ja auch hier... Ja, Bruder, wer kommt denn alles zu dir hin? Irgendwie nahe sich das anhört. Bei mir ist keiner. Oh, oh. Lass dich mal in Ruhe. Headshot. Ich bin der Headshot-Expert. Früher war ich in einem Call of Duty-Clan drin, der hieß der Headshot-Expert. Weil ich Headshots verteilt hab. Jetzt die andere. Oh, nein. Oh, jetzt muss ich erstmal alle holen. Oh, was? Sie brauchen hier nur einen Schuss. Oha, warte. Geil, ich hab die einfach selber abgeschossen. Handlungsunfähig. Ja, wie soll ich denn... Wie soll ich denn jetzt zu dir hin? Ach so, die kann jetzt... Auf einmal kann die jetzt... Ah, hinter mir, wer ist das denn? Oh Gott. Okay. Äh, wir... Wir haben voll viel Leben, Leute. Ja, geil, Alter. So, sere mir, kutro mir, äh. Uh, guh mal, äh. Äh, wie kann man so dumm sein? Lad doch nach, du Missgeburt! Der lad den Zeitlupe nach, du Hundesohn! Meine Fresse braucht er zehn Jahre, dieser Idiot. Alter, muss man ja auch noch Fingerfertigkeit kaufen für die Waffen, oder was? Guck mal, Leute, sie muss jetzt rüberrennen. Ah, Hilfe! Jetzt kommen die anderen wieder von unten hier. Meine Güte. Asandro, 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 Asandro. Oh mein Gott, sie ist im Bedrängnis. Hilf dir doch einer, bitte. Kommt hier zur Hilfe. Warte, ich helfe dir. Hinter mir sind Auwälsche überall. Ei, 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 ich hab jetzt nicht mal mehr Flint in Munition. Rennt doch einfach vorbei, du Summe-Kuh! Renn vorbei! Langsam hatte ich genug. Alter, ist die dumm, Alter. Geht mir auf den Sack. Mach mal hier kaputt, Flint-Munition. Ah, Pistolen-Munition. Scheiße. Wo ist sie denn? Oh, sie ist im Bedrängnis. Nein! Einer weht. Hab ich getroffen, aber wie gut. Ah! Wie soll er es einfach aufdrehen? Ah! Alter, eine Fresse! Ashley! Ashley! Du kleine U*****! Dreh doch schneller die Scheiße auf! Uah! Ach, Sonjuro-Modori. Ey, Leute, man. Das ist nicht normal, ne? Ich hab jetzt aber gut die Gegner abgeballert, die da auf dem Weg waren. Die sollen mich treffen. Die sollen sie nicht treffen. Oh mein Gott, wie gut ich ausgewischt. Das nennt man Instinkt. Instinkt. Ja, auf einmal rennen die voll schnell, die Idioten, Alter. Ja, klar! Ey, Mann, ich brauch Pumpgun-Munition. Ich schwör, ich hab keine Munition mehr. Lass sie los. Jawohl. Ja, es läuft grad super. Guck mal, oben ist keiner mehr bei ihr. Mit den anderen spiel ich Reise nach Jerusalem. Eier lecken. Dreh doch schneller, Mann. Wie lange braucht die denn? Ich hab nur noch zwei Schüsse, ne? Geschafft. Ja. Ich renn alleine rüber. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Eins. Zwei. Und jetzt komm, wo ist die? Was macht die da? Komm doch, du dumme Kuh! Ey. Ey, ey. Ich glaub das nicht. Halt's Maul. Renn. Renn doch, du dumme! Ey, guck mal, was die da war. Ey, ich renn jetzt einfach alleine, weil es mir scheißegal, ne? Entweder kommt die, oder kommt die nicht. Schnell! Aha, jetzt kommt sie auf einmal, ne? Ey. Aber eine Handgranate haben wir auch noch bekommen. Guck mal, die trauen sich nicht rüber, die Idioten. Alter. Oder mit dieser Ashley, Alter. Das ist ja wirklich die Ashley von der Hauptwache, von Frankfurt. Das ist ja unglaublich. Oh, welch ein schöner, paradiesischer Garten. Eine schöne Brunne mit Wasserfalleinrichtung und einer schönen, sonnigen Erde. Ja, und ihr habt, genau, ich hab voll oft diese Dinger übersehen. Ähm, diese Kisten. Weil die anderen, diese Gefäße, haben das nicht. Junge, was krieg ich hier auf einmal? Spinell, rotes Kraut, Ananas. Alles krieg ich hier gerade umsonst. Open the door, please. Mist, versperrt. Und jetzt muss sie wieder rüber und die Türe aufmachen. Und gleich heißt es wieder, Leon! Leon, hilf mir! Wie nervig kann man sein, Alter. Komm mal, guck mal, haben wir ein bisschen Schätze, ne? Wir müssen auf jeden Fall hier lang, ne? This is the way. This is the way straight on the camp, man. Mach die Tür auf. Mein Gott, mach du erst mal die Tür auf und huste dann. Geh dir mir auf den Sack, Alter. Ja, so viel Traube bin ich geraucht. Geh dir mir auf den Sack. Boah, die macht mich so aggressiv. Ich glaub, wir sind richtig. Alles okay? Sie verwandelt sich! Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Oh mein Gott! Törichtes Schaf! Alter! Zügele dich, Kind! Alter! Und jetzt... Leon, hilf mir! Warte! Jetzt sind wir... Aber jetzt... Eine Sache positiv, wir sind jetzt wenigstens wieder alleine, Leute. Und die kann uns nicht mehr nerven, ey. Mama mia, Alter. Nächstes Kapitel haben wir geschafft. Junge, es werden noch einige Kapitel auf uns warten, Leute. Wir sind erst bei Kapitel 7. Ich weiß nicht, was... Also, ich hab bei YouTube geguckt, bei ein paar Stellen, ne? Wo ich nicht weitergekommen bin. Und da waren die erst bei der Hälfte. Das heißt, wir haben noch lange Spielzeit. Und WWE wird leider bald zu Ende gehen. Ich dachte, das ist grad in meiner Wohnung, Alter. Basis, komm. Es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht. Aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte... Ich nicht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? A one? Nein. Hier. Verdammt! So viel dazu. Okay. Also, sie haben wir jetzt auch nicht mehr am Start. Und wir haben jetzt in gleichem Fall den Händler am Start. Ihr habt gesagt, ich kann auch Schlüssel verkaufen, die man nicht mehr braucht. Aber woher weiß ich, ob ich einen Schlüssel noch brauche oder nicht? Das würde ich auch mal gerne wissen. Aber ich glaube, das liegt daran, wenn der Schlüssel zum Verkauf steht, dann kann man den auch nicht mehr benutzen. Ich glaube, so ein Ding ist das. Kann das sein? So, Pistole-Munition. Hier ist wieder der Händler drin. Ja, Hallöchen. Harter Tag. Was, Fremder? Harter Tag. Was, Fremder? Oh, sieh dich einer an. Fünf Spinels haben wir bekommen dafür. Stimmt. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Gucken wir mal, was wir verkaufen können. Den können wir bestimmt verkaufen, den Schlüssel, wenn der hier drin steht. Den Schlüssel auch. Bretter. Können wir auch verkaufen. Feliz-Schwüssel auch. Goldarmenreif. Eleganter Parfüm. Goldplättchen. Eleganter Armer. Ich verkaufe das jetzt einfach. Warte mal. Da können wir da irgendwas draufpacken. Den Rubin könnten wir da draufpacken, ne? Behalte ich den erstmal noch? Roter Beryl. Viper. 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 Riot Gun, die behalten wir. Bolzen. Den Bolzenwerfer feiere ich ehrlicherweise auch nicht. Außer man macht diese Feuergranaten-Dinge. Aber dafür hole ich mir lieber dann das Gewehr, wenn ich ehrlich bin. Handgranate bis zu müssen. P-Rotes Kraut. Alter, wie viel haben wir denn? Wir haben echt viel. So, ich verkaufe das jetzt alles mal. Jetzt haben wir 66.000. Und jetzt hole ich mir erstmal eine neue Waffe. Und zwar... Soll ich mir das Gewehr holen oder die Stingery? Boah, ich glaube schon mal die Stingery, Alter. Die Stingery ist, glaube ich, krass. Lass uns lieber die nehmen. Ihr könnt ja sagen, ob ich dann diese SR auch noch holen soll oder eher nicht. Aber ich hole mir erstmal die Stingery. Die Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Broken Butterfly. Gucken wir mal jetzt noch hier, ob wir was verbessern können. Hier machen wir direkt mal die Angriffskraft höher, oder? Verbessern wir das mal. Zack. Nachleidegeschwindigkeit. Feuerrad. Nachleidegeschwindigkeit. So. Tauschen. Wir haben 10 Stück. Wir können jetzt hiermit auch theoretisch was kaufen. Eigentlich könnte ich mir das... Warte mal, was macht das hier? Eine Schulterstütze für die TMP. Wenn montiert, reduziert sie den Rückschuss und verbessert die Genauigkeit. Ist eigentlich auch geil, ne? Schulterstütze Red 9. Für die Red 9. Lederackenkoffer. Aus Leder erhöht die Wahrscheinlichkeit, rotes Kraut zu finden. Okay. Ähm... Ein und ein mit das unabhängig von der Mitte. Eine Waffe Zugang zu deren Spezialabgift gewährt. Boah, 30 Stück braucht man dafür. Aber das wäre eigentlich ganz geil. Das hier, ne? Für die TMP. Schulterstütze. Wir haben ja jetzt 10 Stück. Könnt ihr mal gucken. Schreibt mal rein, Leute, was ich mir davon kaufen soll. Oh, entweder ein Hochleistungsziel für ein Rohr oder das Scharfschützen-Ding. Könnt ihr mir mal sagen. Aber die TMP habe ich ja eh nicht. Ich habe jetzt die hier, die Waffe. Eine L3 automatisch sortieren. Krass, Digga. Wird ja einfach direkt automatisch sortiert. Das ist auf jeden Fall sehr geil. So. Jetzt kann ich nämlich auch mal endlich, ähm... Gewehrmunition herstellen. Zack. Erstmal Flintmunition brauchen wir. Ähm... Dann können wir nochmal herstellen. Guck ich mal hier. Gewehrmunition, genau. Zack. Dann haben wir genug davon. Herstellen. Guck mal hier. Gewehrmunition. Dann können wir ein bisschen mit dem Gewehr heute mal rumballern. Da habe ich Bock drauf. Safe. So. Ich gucke aber nochmal eben, ob wir hier... Ähm... Wo war das denn? Genau. Ob wir hier nochmal Edelsteine einsetzen können. Oh. Ja. Und hier den anderen. Das heißt, das können wir auch verkaufen. Ähm... Den muss ich behalten. Und jetzt verkaufe ich den eleganten Armbreifer auch nochmal hier. Zack. Haben wir 19.000. Gucke ich mal, ob wir irgendwas noch damit tunen können oder so. 30 Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate. Magazingröße braucht man eigentlich nicht. Vielleicht bei der Pumpgun irgendwas noch machen. Nachladegeschwindigkeit. Feuerrate. Ich mach einfach mal Feuerrate bei der... Oder warte mal, bei der Stingery. Nachladegeschwindigkeit. Oh, Feuerrate. Komm. Mach einfach hier was. So. Perfekt. Jetzt haben wir die Stingery. Mal gucken, wie die abgeht. Ich bin gespannt. Wow. Was ist das denn? Auf einmal Ego-Shooter. Lol. Ey, guck mal. Jetzt könnt ihr den Unterschied sehen, Alter. Direkt. Guck mal. Resident Evil. Teil 7 und Teil 8 sind so krass, weil es Ego-Shooter-Spiele sind. Die alten Teile. 4 und 5 und so. Die waren ja alle third person. Aber guck mal. Was für ein Unterschied ist. Ich stelle mal vor, das Spiel wäre eine Ego-Perspektive. Guck dich das mal an. Das ist direkt ein ganz anderes Feeling. Ich schwör's dir. Findet ihr nicht? Es ist direkt ein ganz anderes Feeling. Als ob du selber den gerade steuerst. So von hinten ist irgendwie, ist anders. Ich find's von vorne, so third person, find ich schlechter. Muss ich euch ehrlich sagen, Leute. Ja? Muss ich einfach so sagen. Okay. Wer liegt denn da auf dem Teppich? Oh Gott, was geht denn hier ab? Das ist einfach krank. Alter. Ich höre wieder Sachen hier. Oh oh. Hier sind wieder diese Ketten. Ey, nicht, dass am Ende gleich wieder so ein Mutant mich verfolgt. Okay, die Tür ist zu. Okay. Ich bin mal gespannt, was die Stingery drauf hat. Ist das die Stingery? Wie doch, hier ist die Stingery. Ich will jetzt mal die neue Waffe testen. Obwohl die eigentlich jetzt nicht so dafür gedacht ist. Die Stimme der Seuche wohnt in den Flammen. Sie führt die überwärtsen Seelen zu den Sülsen. Bringe die kanonisierte Flamme an ihren rechtmäßigen Nord und du solltest erleuchtet und der Weg dir offenbart werden. Okay. Wir müssen die Flamme irgendwo hinbringen anscheinend. Ne, wir müssen hier. Hier müssen wir die Flamme hinbringen, damit das Tor aufgeht. Heiliger. Mein Kontroller-Akku ist leer. Mein Kontroller-Akku ist leer. Alter. Alter. Boah! Bruder, ich kann nicht mehr. Was ist hier los, Alter? R2! Oh mein Gott. Bruder, was ist das für eine Stelle hier, Alter? Lass mich mal in Ruhe hier. Bruder, ich weiß nicht, das ist so ekelhaft, ne? Ich glaube, meine Mutter, das ist so fucking ekelhaft. Ich kann das nicht mehr! Ja! Ey! Wo kommen die alle auf einmal her, Mann? Scheiße, mein Kopf. Ah! Ey! Ich muss jetzt Leben herstellen. Alter, was ist hier los? Verdammte Scheiße. Kräutermischung. Lecker Kräutertee. Ich nehme jetzt mein Gewehr hier, Alter. Boah, das Gewehr ist ja echt stabil. Oha! Das Gewehr tötet alles direkt. Alter! Wie soll man denn hier raus? Ich schwör's dir! Das Gewehr ist scheiße für die Stelle. Ich schwör auf alles, dass die Stelle... Das ist das Ende. Freunde, das ist das Ende hier. Alter! Das ist denn dumm, ey! Brauch Leben. Verdammt, was ist los? Das ist meine Rettung. Meine Erlösung. Kletter, du Bastard! Ja! Oh mein Gott! Halt's Maul! Hinter mir, neben mir, überall! Ey! Ich brauch grünes Kraut! Grünes Kraut! Persäten! Was soll ich mit Persäten? Ey! Ich hab kein Leben mehr. Was soll ich denn tun jetzt hier? Leute! Scheiße! Mein Kopf! Ey Leute! Das ist grad echt schwer! Oh oh! Oh, da kommt noch jemand! Oh mein Gott! Ich muss hier weg! Ja, ne grünes Kraut! Das leuchtet so grün! Ja, so wichtig! Boah, das ist aber gut, dass ich hier nach oben gekommen bin! Ich schwör's dir! Alter! Wie kann der so schnell mich treffen, dieser Bastard? Das nimmt kein Ende! Ey, von allen Seiten! Ich kann das nicht mehr, ne? Eins! Ey! Du vollidiot! Alter! Bis der da drauf schießt! Ey! Junge! Ah! Der Kamenisierort rot in der Laterne haben wir gefunden! Was? Vorbei? Ey! GG's in den Chat! Digga! Ernesto Überlebenskünstler! Verdammte Scheiße, Alter! Boah! Ein Spiegel mit Perlen und Rubinen! Okay, müssen wir hier erstmal alles looten und absuchen, Leute! Hier ist bestimmt irgendwo noch... Guck mal auf der Karte! Guck mal, da liegen überall noch Sachen! Perseeten! Perseeten! Moneten! Alter! Was eine Stelle, Mann! Ich schwör's dir! Die Stelle war grad krass! Boah! So, da sind auch noch genug Kisten überall! Alter, was hier alles rumliegt, ne? Ja, so macht's doch Spaß, Alter! Guck, ich hab's direkt geschafft! Ich hab ehrlicherweise gedacht, ich schaff's nicht! Weil dieses Gewehr ist schon stark! Wir müssen das auf jeden Fall auf höchster Stufe kriegen! Ihr habt gesehen, drei Schüsse! Mit dem Gewehr, diese krassen Monsterdinger waren alle tot! Das war heftig! Ich glaub, hier haben wir auch alles, außer hier noch was, ja? Sollten wir alles eigentlich haben! Okay! So, wir kommen jetzt aber wieder zurück! Wo war das denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wo war das denn? Boah, ich muss grad erst mal klarkommen, Alter! Das war zu viel für meine Nerven! Hier war das, ne? Perseeten! So, zack! Genau! Zack, pack da rein! Das hatten wir ja schon mal gehabt mit diesem Ding, dass man dann da reinstecken kann! Genau, Leute, wenn ihr das Video grad sieht, sollte ich live sein auf Twitch! Hab jetzt lange nicht gestreamt, deswegen kommt gerne auf Twitch vorbei! Zum Livestream! Oh, guck mal, da können wir jetzt zu zweit rüber! Oh, jetzt fehlt uns aber leider die arme Ashley! Ja, und jetzt? Ah, hier ist noch ein Weg, okay, den hab ich nicht gesehen! Erstmal die Waffen nachladen, ganz wichtig! Wir haben nur noch mit dem Gewehr drei, äh, sechs Schüsse, ne? Können wir irgendwas noch kombinieren hier? Herstellen, oh, scheiße! Herstellen! Genau, Gewehrmunition! Herstellen! Geht nix mehr! Ne! Okay! Ey, wie geil das ist! Jetzt haben wir wenigstens alles schön vernünftig sortiert! Wusste ich gar nicht, Alter! Manchmal muss man genauer hingucken mit L3! Ah, Schießpulver! Guck, jetzt können wir doch! Jetzt sollte es aber gehen! Herstellen! Ne, geht immer noch nicht! Man braucht zehn, okay! Mal schön sortiert! Ich nehm noch nicht mein Kraut zu mir, noch nicht! Ich warte erstmal, vielleicht find ich noch ein anderes Kraut und dann kann man das kombinieren! Where I am here! What is this? Oh, oh! Bis dahin und nicht weiter, Leon! Was ist die geile Asiatin? Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach sechs Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada! Thumbnail! Ach, Ada ist das! Was ist das? Interessant! Oha! Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Erst nicht zu helfen. Gehe einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich geb so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Die hätte ich lieber bei mir, Alter. Die kann wenigstens schießen. Die sieht gut aus. Wir müssen uns ganz mit dieser Ashley da rumtreiben. Ashley. Und sie ist so schnell wieder verschwunden. Sie ist die Beste. Sie ist die Letzte, die ich hier erwartet hätte. Oh Gott, was ist denn das schon wieder hier für ein Puzzle? Lito-Giralf zwischen Stein B. Okay. Das heißt, wir brauchen hier vier Steine. Der Stein der Weisen. Hier, einer ist doch hier drin. Lito-Giralf zwischen Stein B. Lito-Giralf zwischen Stein B. Nicht in der B. Ich bin in der Bede. Kule B. Kule B. Kule B. Kule B. Okay. Zwei Stück nur noch. Meint ihr, die sind alle in dem Raum? Ich glaube nicht. I don't... Oh, warte mal. Doch. Die sind alle hier drin, ne? Hä? Ne, da brauchen wir einen Schlüssel für. Wo ist der vierte? Extravagante Uhr. Hä, wo ist der vierte? Aber... Ey, der muss doch auch hier sein. So, ob der vierte nicht hier ist, Alter. Genau den finde ich jetzt nicht. Safe. Oder... Ach, Digga, da sind doch vier. Ich Idiot. Boah, bin ich lost, Alter. Da sind doch vier. Ähm... Warte, was müssen wir denn jetzt hier genau machen? Boah, Bruder, Alter. Jetzt kommt das schon wieder mit den Rätseln. Ich schwör's dir. Manchmal mit Rätseln bin ich lost. Aber was soll man jetzt hier machen? Guck mal, hier ist links der Kopf. Der Kopf ist hier. So, aber die anderen Symbole. Hier ist ein Schild-Symbol. Wir haben aber keinen Schild. Oder kann... Ach so. Och Gott, Digga. Aber hier ist ja auch dieses... Also, das sieht halt so aus. So, jetzt müsstest du ja... Aber hier ist es... Nee, ich... Ich verstehe, glaube ich. Ich verstehe. Ja, ja, ich verstehe schon, Leute. So. Weil man müssen auf die Form achten. Warte. Das macht auch keinen Sinn hier hin. Das müssen wir damit tauschen. Dann geht das hier nach oben. Passt auch nicht von der Form. Guck mal, da müssen wir mit der Umrandung gucken. Mit der Umrandung. Guck mal, das passt auf jeden Fall hier hin. Von der Umrandung. So. Das passt da eigentlich auch hin von der Umrandung. Das Einzige, was nicht passt, ist das Schild hier oben. Weil das viereckig sein muss, das Schild. Und wo haben wir... Wo haben wir ein viereckiges Schild? Wo haben wir... Ah, das haben wir hier. Okay. Das heißt, das muss da hin. Aber hier muss ein... Oh, Digga. Warte mal. Ah, ich hab's. Ich hab's, Leute. So. Das hier hin. Auch nicht. Ah. Ich hab's doch. Warte. So. Ja. Guck jetzt. Boom. Komm, ihr Nesto Valverde, Alter. Meine Güte, ey. Ich kann nicht immer direkt auf Anlieb alles lösen. Ah, Ratte. Ich hab... Ich kann nicht immer alles auf Anlieb lösen, Leute. Ihr wisst doch. Ich brauch auch mal meine Ruhe. Beim Rätseln. Ah, ich hab's geschafft. Das ist sogar der Weg. Der ist ja weg. Guck mal. Jetzt können wir noch Ashley finden. Guck mal, Ego-Perspektive. Wie krass das jetzt wär. Man kriegt voll Panik, Digga. Ich hab wirklich zehnmal mehr... Digga, was ist mit den Ratten hier los, Alter? Lass dir meine Ruhe, die Ratten. Los ratos locos. Was soll denn hier schönes? Höret das Signal zwischen den Bergen wiederhallen. Fesseln, Felsen zerfallen. Zu Kies die Mauern der Burg zerbröckeln. Seht die glutrote Farbe des Nachthimmels. Ein stromverdorbenes Blut besudelt die See. Opfert euer Leben und das Blut eurer Feinde. Tut Buße für die Sünden eines vergangenen Lebens. Okay. Man muss echt auf diese ganzen Fässer achten. Die können einem schon den Arsch retten. Wir können gar nichts herstellen. Hab ich das gehört? Was war das denn? Ja. Ah. Na, klasse. Was war das denn? Black Maniac, komm her. Einer Schlüssel haben wir gefunden. Und Freunde, weil Ernesto nicht immer alles übersehen will, denkt er natürlich voraus. Denn er weiß, es war in einem Raum davor eine Schatzkiste gewesen, wo man einen Schlüssel hineinstecken konnte. Und jetzt zeige ich es den Leuten, die gesagt haben, ey, Ernesto, was siehst doch immer alles. Ja, ja. Ich habe mir das gemerkt, dass man diese Truhe hier öffnen konnte mit dem Schlüssel und wir sind wieder zurückgegangen. Ein Spaß. Aber ich kann auch nicht an alles denken, Freunde. Denkt dran, ne. Ich kann auch nicht an alles denken. Aber jetzt haben wir zum Beispiel auch eine Taschenuhr gefunden, welche uns ein Vermögen einbringt. Und mit diesem Vermögen können wir uns dann vielleicht neue Waffen kaufen, Verbesserungen und so weiter. Was war das aber gerade für ein Ding, was da rumgesprungen ist? Habt ihr das gesehen? Nye ma ah, nye ma ah. Sag mir nicht, das ist Spider-Man. Stell dir vor, Spider-Man ist das. Spider-Man, Spider-Man. Oh! Nein. Ey, nein. Nicht schon wieder Spider-Man. Bitte nicht. Ah! Ey. Ey, wollt ihr mich verarschen? Der hat mich gerade einfach umgebracht. Ey, nein. Nicht spinnen. Ich hasse Spinnen. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Spinnen. Ich mein's ernst. Spinnen ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Spinnen ist das Schlimmste, was es gibt, Leute. Ich hasse Spinnen. Ich schwör auf alles. Ich hasse Spinnen. Oh Gott. Die Frage ist, hab ich jetzt noch meinen Schlüssel? Naja, das hab ich aber gefunden, diese Uhr, ne? Wenn ich die jetzt nicht mehr habe, wär assi, Alter. Das wär echt assi. Ich schwör, ich hab die nicht. Lol. Oh, wir müssen wieder zurück, Leute. Sorry. Egal. Ich quatsch schon mal in der Zeit. Bisschen so. Ähm, genau. Ich werde heute auf jeden Fall wieder streamen. Bei mir auf Twitch. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Jetzt, während ihr das Video seht oder danach. Und morgen WWE. Aber WWE wird leider nicht mehr so lange gehen. Danach muss ich gucken, wenn WWE vorbei ist. Ich mach's vielleicht so, Leute. Wenn WWE vorbei ist, bring ich vielleicht Resident Evil jeden Tag. Ne? Und dann am 26.4. Wenn wir dann fertig sind, bring ich Spider-Man. Das wäre doch eigentlich ne geile Idee. Dann können wir Spider-Man Daily bringen. Weil zwei Spiele auf dem Kanal ist auch geil. Aber viele sagen, ey, zum Beispiel auch bei WWE. Die hätten's gerne Daily gesehen. Und sowas. Kann ich auch verstehen. Ich nehm jetzt aber mein Kraut, Alter. Scheiß drauf. Nicht, dass der mich gleich wieder tötet, ey. Ähm. Viele haben gesagt, ich soll das auch Daily bringen. Deswegen, ich versuch da immer das so durchzubekommen im Plan. Das sollte, denke ich, auch irgendwie klappen. Dass wir dann Daily Spider-Man bringen können. Äh, Spider-Man. Star-Wars, sorry. Star-Wars. Star-Wars kommt jetzt zuerst. Nicht Spider-Man. Ja. Das ist ekelhaft, Alter. Alter. Das ist ekelhaft. Ich schnaufe meine Mutter, ne? Das ist so ekelhaft, diese Spinnen. Boah. Wenn ich eins hasse, Spinnen, Mann. Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Wer redet da? Ach. Der Verkäufer ist wieder da. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Ich kann mal kurz gucken, ob wir noch irgendwo was einsetzen können von unseren Rubinen-Smaragden. Aha. Ach, geil. Wir können da eine einsetzen. Dann nochmal da oben. Aber hier nicht, ne? Ne. So, die Taschen können wir dann verkaufen. Spiegel können wir verkaufen. Die behalte ich. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja. Das verkaufen wir erstmal. Ein hervorragender Deal. Und ich guck mal, dass ich jetzt noch Dinge ins Tunen werde. Weil die Waffe ist schon geil, Alter. Die Angriffskraft. Deine Waffen sind in guten Händen. Oder von der Pumpkanne. Ja, kostet aber 35.000. Ja, ich find die Waffe ist schon wichtiger. Pack mal hier rein. Probier mal, wie sich das anfühlt. So. Okay. Alter, was passiert denn hier auf einmal? Alter. Sie meinte, ein Treffen mit dir reicht dir. Ähä. Aber meint ihr, ich krieg das hin? Die mit der Pistole zu holen? Oha. Oh, oh. Oha, kommt die denn her? Scheiße. Auf einmal vor mir. Oha. Alter. Was ist denn da für ein Spinnenmensch? Ah, Spider-Man. Alter. Oh mein Gott. Shit. Ah. Das ist Ikeler. Ey, musst du doch nachladen. Langsam hab ich genug. Bruder. Können die mich mal da oben in Ruhe lassen, diese Schwänze? Ich hol mir die jetzt erstmal, Leute. Ich hol mir die jetzt erstmal. Komm, machen wir das jetzt so. Herstellen. Jetzt machen wir erstmal Gewehrmunition. Nochmal geht leider nicht mehr, ne? Ne. Egal. Jetzt haben wir Gewehrmunition. Jetzt hol ich die erstmal da oben runter. Macht das eigentlich Sinn? Das wäre Munitionsverschwendung. Vielleicht gehen wir eh nach oben. Können wir mich eigentlich treffen. Und wenn die irgendwas haben sollten, für mich kann ich das ja immer noch holen danach. Was ist denn das jetzt hier für ein Raum? Schießpulver? Okay, da musst du mal rein. Ich höre wieder irgendwelche Geräusche hier, ne? Hört ihr das auch? Oh, oh. Alter. Ist das ekelhaft. Ich schwirf alles in die Spinnen, ne? Ey. Nein, nein. Lass doch nach, du Bastard! Meine Güte. Zehn Jahre zum Nachladen, ey. Seidenkristall. Da steht auf jeden Fall Sonne. Okay, Sonne. Da müssen wir wieder rätseln. Wenn ich das jetzt hier mache, dann ist die Sonne offen. Ja, nur du hast es kapiert. Erstmal gucken, was hier oben abgeht. Ah, okay. Verstehe. Jetzt haben wir da oben die Leiter. Zack. Jetzt können wir hier runterspringen. Sind direkt durch. Oh. Ne. Was falsch gemacht. Warte mal. Sorry, genau. So müssen wir das machen. Und rein. Alter, was ist das denn mit den Wegen hier? Ich schwör's dir, Alter. 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 Ich schwör 3D-Effekt auf einmal. Ich schwör vor mir mit VR-Brille. Ich schwör, ich wäre jetzt irgendwo gegen geknallt. Hab ich mich gerade erschrocken, wie der das Ding geworfen hat. Habt ihr das gesehen? Warum soll ich den nicht schon jetzt töten? Wisst ihr, wie ich meine? Warum soll ich mir gleich den Stress machen? Warte, nachladen. Jetzt haut der ab, Alter. Als ob die so schlau sind, diese Zombies. Mann, Alter. Okay, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, wir müssen da lang. This is the right way to have to. Oh mein Gott, nein. Nicht die Spinne. Wo ist die Spinne? Alter. Das war's. Ah! Ego-Perspektive ist so schlimm bei dem Spiel. Ich schwör auf alles. Ey. Wenn man Ego-Perspektive zockt, ich schwör, das ist unnormal schlimm. Zum Glück kann man das nicht einstellen, ey. Das wäre dann noch schlimmer. Ich dachte vor, ich könnte das noch einstellen. Meine Güte, Alter. Sonne, Mond und Sterne. Wo ist die Laterne? Okay. Bewegt das? Jetzt kommt da eine Kollege-Schnürschuh wieder. Oh mein Gott. Ja, Digga. Da ist ja noch einer! Mann, Dreh-Kick hier reicht langsam. Alter. So. Müssen wir erstmal gucken, wie wir hier weitermachen. Also, wir können theoretisch hier runter. Ich glaube aber, das macht wenig Sinn. Ich habe mir jetzt nicht die Logos gemerkt von den Türen und sowas, aber ich denke mal, das sollte richtig sein. Wir werden jetzt nochmal hier drehen. Öffnet sich hier noch. Aber da unten war auch ein Schatz gewesen, ne? Da wollen wir Leute wieder sagen, ich übersehe was. Ja, okay. Okay, hätten wir es zuerst anders machen. Egal, ich verstehe schon, Leute. Egal, den Schatz will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Deswegen springen wir da auch safe rein, Leute. Müssen halt ein bisschen laufen, aber das ist ja nicht schlimm. Ups. Aber müsste jetzt nicht eigentlich auch theoretisch die Türe hier unten direkt aufhaben, dass wir nicht wieder nach oben müssen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Musst du mal diese Zeichen da mal merken. Ja, guck, die hat nämlich auch, ne? Aber die ist dann jetzt zu. Ah, okay. Ich verstehe. Müssen wir doch von oben rein, okay. Danisch, no problema. No, no problema. No, 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 no. Ich werde versuchen, die Folgen aber auch so 45 Minuten jetzt zu halten. Nicht immer nur so 30 Minuten, sondern auch mal 40, 45 Minuten. Damit ihr auch mal schön längere Folgen habt, Leute. Das wünscht ihr euch ja auch gerne. Und deswegen macht das Schnellepete auch für euch. Oh, Junge, der geht mir so auf den Sack, der Typ die ganze Zeit nur am Labern. Ah, ja, ja, ah. Spring, 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 spring. So. Halt deine Fresse, Alter. Ja, ja, ja. Ein Detlef. Ja, ja, ja. Was für ein Detlef, Alter. Oh, kunstvolle Halskette. Alter, was kannst du denn da alles reinstecken in die Halskette, Alter? Das ist ja geisteskrank. Guck euch mal die Halskette an. Ich habe ja nichts mehr da. Die Halskette. Schade. Ah, jetzt sind wir wieder quasi hier oben. Ich verstehe. Okay, müssen wir doch keinen Umweg gehen. Oh mein Gott. Ah. Was haben Sie da mal? Vollidiot. Bamm. Reicht doch jetzt, Alter. Alter. Gib den Kick. Ist einer tot? Kriegen jetzt einen Double Pump Shot. Guck mal, eins, zwei und... Langsam habe ich genug. So. Ah krass, wie viele Gegner hier kommen, ne? Das ist echt heftig, Mann. Das ist echt heftig. So viele Gegner kommen hier. Aber es macht Bock, Digga. Es macht Bock. Es ist ein richtiger Überlebenskampf hier auch zum Teil. Horror, Survival, alles gemeinsam in einem irgendwie. Pulver, haben wir hier noch was? Da wieder eine Türe. Mit den ganzen Türen, die alte Sonne, Motor, Sterne. Meint ihr, wir kommen jetzt aufs Dach? Ja, ne? Müssten ja eigentlich noch die anderen hier sein. Was ist denn das? Oh, ein Katapult. Digga. Zwecklos. Ich verschwende bloß Munition. Okay. 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 Muss irgendwas gemacht werden, Leute. Alter, was ist das für ein Monster, Mann? Komm, den schnappen wir uns nur irgendwie. Oh, oh. Das sind auch noch Gegner hier, ne? Weiß ich, ob wir die holen müssen oder nicht. Ich werde erstmal außen rumrennen, Leute. Erstmal außen. Alter, was war das denn? Und wie hat der mich denn getroffen? Oh nein. Oh nein. Das war's. Das ist mein Ende, Leute. Ich stöfe alles. Das ist ja geisteskrank, was hier passiert. One last try. Komm, einen Versuch machen wir für die heutige Folge noch. Come on. Die Gitter und Schalter tragen die gleichen Symbole. Das ist Symbol in der Mitte. Ich habe einen Hebel, ich zeige an, welche Gitter derzeit geöffnet sind. Er hat eine Fresse mit deinen Gittern hinter Gittern. Ich habe jetzt eine Idee, wie wir das machen werden. Ich werde versuchen, die anderen da hinten zu holen. Step by Step. Ich hole erstmal die Gegner. Oh mein Gott. Guck mal, direkt neben mir, Alter. Ist das krank. Ey, fuck der mich ab mit seinem... Ey, ich stöfe alles. Wie soll man die denn sonst töten, Alter, mit ihrem scheiß Schild? Jetzt gehe ich weiter, hole die da hinten mit der Sniper. Alter, was ist denn das? Ach, es geht hier runter. Oh mein Gott, das war's. Bleib doch liegen, du Vollidiot. Wir haben grünes Kraut bekommen. Oh mein Gott, perfekt. Perfekt. Alter. Was ist das für eine Stelle, Mann? Ich schwör Geisteskram. Ich wurde gerade fast wieder getroffen. Habt ihr gesehen? Ich nehme einen da oben. Danke. Eins, zwei. Jawohl. Weiter. Ich muss gleich die Treppe wieder hoch aufheben. Oh mein Gott, schon wieder. Boah. Wir müssen am besten immer Deckung suchen. Dass man sich treffen kann. Rohstoff haben wir auch. Sehr gut. Vielleicht können wir irgendwas herstellen. Nein. Herstellen? Jawohl. Flint-Munition. Die ist am wichtigsten jetzt gerade. Mehr nicht. Aber egal. Flint-Munition reicht schon mal. Sechs Stück ist gut. Wichtig. Wir müssen uns Step by Step hier vor. Alter. Was eine Maschine dieser Typ ist, ne? Ich weiß nicht, wie wir den besiegen sollen, Alter. Okay, jetzt müssen wir. Jetzt wirft er jetzt mit hochklettern. Ganz schnell. Jetzt hat sich das Tor da geöffnet. Rennen. Boah. Wir haben es geschafft. Jawohl, da ist die Kanone. Wichtig. Erstmal alles nachladen und so. Nicht, dass die irgendwo noch Gegner gleich auftauchen aus dem Nichts. So. Kanone geht hoch. Boah. Boah. Ey. Hat die gesagt Gorgonzola? Oder was? Was für Gorgonzola-Käse? Komm auf meine Nudeln drauf. Du kleine Ohr. Schau mal jetzt. Der Kampf möge beginnen. Gegen die Maschine. Oh, die Kanone muss jetzt richtig hochgebracht werden. Von Stufe zu Stufe zu Stufe. Nein, nein. Was machst du da? Ganz nach oben. We are ready. So, mein Lieber. Na, natürlich muss der mich treffen, Alter. Du dreckiger. Und los. Warm, Junge. Als ob der jetzt direkt tot ist. Was? Die hole ich auch erstmal die ganzen Scheiß-Gegner. Boom. Okay. Weiter im Text. Oh, der kann da doch unterglättern. Ah, die geht mir so auf den Sack, Alter. Wie besiegt man die am besten? Ich schwör's dir. Da kannst du ja nur mit der Pumpgun rangehen und dann in die Fresse ballern, Alter. Wirklich was anderes. Kann man mit diesen Vollidioten nicht machen, ne? Krank, Alter. Schießpulver, Schießpulver, Schießpulver. Perfekt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Sorry. Ich hatte genug für heute. Junge. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Und damit würde ich sagen. Alter Schwede. Wir laufen noch ein bisschen. Wir gucken noch ein bisschen, Leute. Das macht gerade so Bock, Alter. Ich will gar nicht aufhören. Wer kennt ihr das, wenn man einfach im Film drin ist? Man will gar nicht aufhören. Mal gucken wir uns noch die Cutscene hier an. Ach, sie sitzt da, ganz unschuldig, auf der Bank. Komm nicht mehr. Ja, aber. Ich tue dir nur wieder weh. Ich habe solche Angst. Ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich war etwas anderes. Das muss schrecklich gewesen sein. Ich weiß. Aber er auch. Du auch? Am Ende bringt nichts zusammen um. Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Ich habe mich in dich verliebt. Danke. Schade. Freunde, wir haben das Kapitel geschafft. Sehr, sehr geil. Und damit würde ich sagen, lasst alle einen dicken, dicken Daumen nach oben da. Kapitel 9 ist geschafft. Und wir werden übermorgen bei der nächsten Folge weitermachen. Daumen dalassen. Abonnieren. Morgen WWE. Jetzt in den Livestream kommen. Haut rein. Und ciao. 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 Ciao.